Das war der Japan Grand Prix 2016. Die Highlights. Nico Rosbergs Sieg souverän. Lewis Hamilton mit Katastrophenstart, Ferrari mit Katastrophenstrategie. Die Rennzusammenfassung in 100 Sekunden. Nico Rosberg hat den großen Preis von Japan gewonnen. Der Deutsche legte einen souveränen Start-Ziel-Sieg hin und dominierte das Rennen nach Belieben. Für Rosberg war es der erste Sieg in Suzuka und der vierte Sieg im fünften Rennen nach der Sommerpause. Teamkollege und Titelrivale Lewis Hamilton verspielte alle Chancen auf den Sieg am Start. Von Platz 2 startend fiel Hamilton auf den ersten Metern auf Rang 8 zurück. Der Brite tat sich mit dem Silberpfeil schwer, ein Durchmarsch zurück nach vorne war es nicht. Mit Platz 3 konnte er den Schaden aber begrenzen. Youngster Max Verstappen schob sich im Red Bull zwischen das Mercedes-Duo und konnte Hamilton in einem spannenden Finale hinter sich halten. Teamkollege Daniel Riccardo kam nach einem durchwachsenen Rennen auf Platz 6. Völlig verkorkst lief der Sonntag für Ferrari. Kimi Raykönnen wurde wegen eines Getriebewechsels noch von Startplatz 3 auf Rang 8 versetzt und wurde am Ende fünfter. Für Sebastian Vettel begann das Rennen eigentlich gut. Der Deutsche kämpfte lange Zeit mit Verstappen um Rang 2. Durch einen Strategiefehler fiel er allerdings auf Rang 4 hinter Hamilton zurück. Ferrari wartete mit dem letzten Boxenstop viel zu lange, weil man den letzten Stint auf Soft durchstehen wollte. Das Force India-Duo Sergio Perez und Nico Hülkenberg landete auf den Rängen 7 und 8, direkt vor dem Williams-Duo Philippe Massa und Valtteri Bottas. Williams schob sich mit einer Einstopp-Strategie an Romain Granchant vorbei. Mit den Plätzen 1 und 3 hat Mercedes die Konstrukteursweltmeisterschaft vier Rennen vor Ende der Saison gewonnen. Für die Silberpfeile ist es der dritte Konstrukteurstitel in Folge. Nico Rosberg baut seine WM-Führung mit dem Sieg von 23 auf 33 Punkte aus. Damit kann Lewis Hamilton nicht mehr aus eigener Kraft Weltmeister werden. Vier zweite Plätze in den verbleibenden vier Rennen reichen Nico Rosberg, um den Titel am Ende zu haben. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Austin statt. Alle Informationen, Hintergründe und Analysen gibt es natürlich wie immer auf motorsportmagazin.com.